Moin Leute Willkommen zu einer neuen Folge Herr Hocki Sackmann Moin Leute, Willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Let's Play Ihr siehst, nimm ein Spiel auf! Ich muss das ausreden und und ich hab mal kurz noch ein Zeitalter gestellt so ich hab ein bisschen AFK gefahren ich hab ja heute noch in einem Short gesagt oder was im Video keine Ahnung dass ich halt wahrscheinlich die nächsten paar Tage mehr kann man einfach gespielt ähm müssen werden wir doch wieder weil ich hab das Problem nicht gefunden dank einer gestritten Person ja ich hab müssen das Wort noch AFK gefahren ich hab ein bisschen Glas ich hab ein bisschen Holz ich hab ein bisschen Stein ich hab ein bisschen Fichtenstämme jetzt heißt das wir schlafen und dann ab auf den Berg und eine Sache schreibt noch in die Kommentare so Sachen die ich noch bauen könnte ja es würde mich sehr freuen und ja ja ich hab mal überlegt ob ich diese Welt hier meinen Laden veröffentlicht irgendwann wenn ich halt damit mal alles hier erbaut haben und dann möchte ich halt mal erbaut dann dass man zum Beispiel hat man hier spielen kann vielleicht ich weiß es mal nicht wenn es geht es nicht ich bin ich habe damit nichts angefangen ich werde aber irgendwann anfangen ich bin ich bin ich bin das ich bin eigentlich nicht hab mal ich habe das ich bin es das war dann besser wäre und herr und herkommen das ein muss ich aber was man für andere kann ich einmal machen oh Ich glaube, das war eine Dumme, die ich hatte. Ja. So, wir müssen noch was Steiner bauen, wir müssen noch was Steiner bauen, dann können wir auch weiter im Boden arbeiten. Ja. Ja. Na bald, der mir schon wohnen. Oh. Also, so hoch muss man ja auch nicht. So hoch muss man ja auch nicht. Na ja, ich muss jeweils in so'n kleinen Weg nach Bauer, was man überhaupt noch gut kann, weil hier ist ja sonst noch kein bisschen Wasser. Und das ist ja nicht die beste Sache auf die Dauer. Ja. Also, ich hab' ne bessere Idee. Also, klar. Na, Treppe erstmal hier. Da muss ich leider das Wasser abstellen. Da muss ich leider das Wasser abstellen. Vielleicht kann ich so bauen, dass man überall mein Haus kann das Wasser fließen. Ja. Das arbeit ich noch weiter. Ähm. Vielleicht sieht man es hier schon, das ist ein kleines Problem mit dem Wasser. Also, ich zeige mir das erst mal als kleines Problem. Gut. Was haben wir jetzt mal hier weggeschafft? Ich hab' hier Hunger. Ich hab' hier Hunger. Also, wieder mal was essen. Sagen wir mal so, ich baue jetzt mal, je nachdem, wenn ich mal was ernste wird, wird das fällt immer was größer und größer. Arbeit kommt immer mehr was, äh, zu essen mal. Ja. Ähm. Ähm, ich werde jetzt wahrscheinlich mal ein paar... Ich hab' keine Ahnung, was man muss. Auf jeden Fall hab' ich aber noch was vor, das wird, äh, wahrscheinlich, äh... ich bin vergiss, ich gerade mal ein bisschen. Einzigungssohnenschnipps, man jetzt auch wohnen jetzt. Ein bisschen. Ich baue mir meinen Crafting-Tabeln. So. Dann soll ich das mal querbeiten. Da kommt auch einer hin. So. Oh. Direkt trotzdem mein Gesicht gebaut. Eine Sache nur am Samstag. Da kommt was sie wird. Das wird kein sogar kein Job wahrscheinlich kommen. Vielleicht auf jeden Fall kein Video weiß. Wenn es da sind. Ja. wir könnten darum auch wieder eine Klarscheibe bauen oder halt ein paar und steigen ich würde daher so bei den Steinen bauen oder ein Glas wird nicht so lange dauern da muss ich noch was brauchen ein Fichter Achso Nein Du packst deinen Schuh ran zu mir Ich nehme gerade ein bisschen auf Ach, Entschuldigung Ja, egal Na, wie packst du das denn auf deinen Schuh? Äh, wo musst du jetzt hin? Mit Alexander zu stoppen Achso Na, können wir nicht da Ich Äh, schon, dass ich kurz nix gemacht habe Da war jemand, nicht sprechen wollen Ja, ich muss ja natürlich muss man natürlich antworten Ja, ich muss ja natürlich antworten Ja, ich konnte jetzt kurz nicht äh Sprechen hat, deswegen hab kurz kurz man hat, zerzeiht Ton aus Oh, das war immer die andere Worte So, sieht das nicht aus Ich hab halt so eine cool Tür so gebaut Ja, da geht ja Ich wird das ja nicht aus ... und, wo ich das dann auch immer eins Ich hab da was in meinem Raum Ich hab da was in meinem Raum so er hat gut da und auch in den Prozent stützen die Welt standbar man muss es nicht und so als er besser in den Stadt des Stützes 1 1 und das k k k k zwischen ab im halben anfang k k aber dann sind wir schon weiter gekommen wir haben jetzt schon den Boden dann mit Fensterscheiben Prozent und so ist er ein Schritt so ein paar Sachen von uns schon mal holen zum Beispiel Welt die Blüten als die Gruppen ich muss mal gucken wie viel Klassik an den Zarten könnte auch schon Kisten und schützen als schluss und und geht das die stimmten nichts zu tun und das ist ein ok ich bin ich jetzt in den monstern land bin ich tut ich lasse es brennen aber an dieser Stelle würde ich jetzt das video schon aufhören ich hoffe euch hat das gefallen schreibt noch ein paar Sachen so halt noch Verbesserungsvorschläge schlägt in die Kommentare lasst ein Abo da und schreibt was in die Kommentare was ich noch so bauen könnte nächste Woche wird wahrscheinlich nicht mehr am Anfang noch mal ein Aufnahmeprogramm sein zu sehen weil ich mir jetzt was gekauft habe mit dem zweiten Bildschirm ich habe das mit der kurzen Escape drücken kann und dann mit der Maus auf den anderen Bildschirm fahren kann und dann die Aufnahmen starten und beenden ja dann tschau ja